mir ist bang, du ich glaub die russen sind da, ich will doch wuss also das ist die sache wo werner seine gasbombe baut das ist neben der sache mit dem fußballspiel also ich mag ja kein fußball aber diese sachen mit fußball spielen wo er dann halt den ball unten auf den marktplatz wirft oder da auf dem campingplatz das sind einfach die schönsten sachen also mal gucken wie spät es ist, ich guck mal kurz in die flasche wie spät das ist, heute spielt so und so süderbrarup gegen holzbeinkiem, holzbeinkiem, tor, tor, unglaublich diese stimmung hier im stadion ja ja das sind ich brauche gesteine geschweine immer wieder äh was fehlt denn jetzt ach so ich weiß schon was fehlt ich weiß schon was fehlt ihr braucht es mir gar nicht zu sagen liebe leitern liebe leitern vor allem also still hier ja ich hab gerade gefurzt ja ach so auch ja und die welt hält die welt hält den atmen das ist so gibt es ja noch was schlimmeres als eine biogasanlage ja oh ja eine anlage ja das schon aber da gibt es ja eine kläranlage das kann schon mal passieren ähm ich hab ja komplett alles weggebracht ich brauche unbedingt urviele basalte urviele ja urviele ur ist irgendwie so eine steigerungsding irgendwie so ein steigerungsding so wie seas so wie seas ja ja so wie urleihwand leihwand heißt toll ja genau urleihwand heißt sehr toll sehr toll oder unglaublich toll ja genau urleihwand aber es sind echt solche worte die gibt es nur äh die gibt es nur Öziland also die Formulierung so schade ich habe sie nicht alle im kopf aber ich habe da noch über so ein paar andere sachen gelesen so ich mach mal kurz äh time set na ja und mit brennt schon der peder ah nein scheiße verbindig verloren leute wollen wir weitermachen oder wollen wir aufhören naja packt er ein bisschen ab wenn das selber die ganze zeit den geistert gibt wir versuchen es noch einmal und wenn er dann wieder nach 10 minuten in die knie geht ich werde auch langsam wirklich müde ja ja ich auch ja ich auch ja ich auch der es gebe ich zum ach das gibt es dazu es geht mal zu aber das hängt hier jetzt ein bisschen halb vier in der früh leute wir machen ja schon seit neun ja gut ok ja schon da da hunk der machen die machen schon seit acht oder ja kann man so sagen ja wohl jetzt heute wieder da wollen wir sehen wie bei uns jetzt zurück schmeißt ok ok das geht na denn dann fakt ist ja nicht so ab jawohl ich würde gespeichert wieso ganzlich nicht so ganz sicher genau ja ja ok ja aber jetzt sind die steine so blöd verschwinden wieder und es kommen wieder hin dann gehen sie wieder weg ja 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 also ich habe vor dem hohen angst ich habe jedes mal wenn ich mit dem spiel schon ja da ist er mir eben abgestürzt als ich time set machen wollte so diesmal hat er gemacht sieht ich auf tausend gesetzt wurde das ist so cool das spielt so ja ich muss das nächste mal borisch einstellen das wird sicherlich ja das gibt es auch ja natürlich gibt ja das ist cool das werde ich jetzt machen dann werden wir gleich was sie noch mehr vor freude wir quieken hören simrak was boarisch 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 bayern jawoll voll leihwand erfreut er sich fertig 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 für die zurück zum spiel die haben das mit spiel und so weiter spiel wir haben spiel in österreich und in boarisch sagt man spiel so wie heißt denn die spitzsacke jetzt eigentlich eisenkrumm krampen eisenkrumm das ist ja geil das ist ja geil das ist ja geil das ist ja voll leihwand akazienholzbretter jagen so lektern wie bruchstuhl der ok meterlack sattel backen kartoffel backen kartoffel ja das ist gut das ist gut das ist gut so habe ich hier noch ein bücherregal rumliegen irgendwo so ja leute ich weiß es ist fahrt aber wie sagt er auch immer so schön wenn ihr das nicht wollt das wird so langweilig ist drehzweck tschüss ende freut's net das ist einfach so ja das ist mein kopf viele leute checken einfach nicht was mein kopf eigentlich wirklich ist ja 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 die wissen nicht dass man das machen ja ja genauso wie mit rpg es gibt ja auch viele leute die kein rpg let's playen weil sie halt die langwierigkeit fürchten und halt fürchten dass ihre zuschauer weglaufen das gibt ja auch das ist wie gesagt ich habe in der vergangenen minecraft folge von mir habe erzählt lasst einfach die ganzen abonnenten abonniert mich erst gar nicht alles habe ich gesagt ja die brauchen mich gar nicht abonnieren wenn sie ehrlich darauf hoffen dass ich sie zurück abonnieren das ist ja sowieso diese ganze diese ganzen abo jäger das ist schon richtige pest also die abonnieren nicht da passt auf was bei mir ist die abonnieren nicht ein zwei tage später wenn sie merken ich abonniere nicht zurück sie nicht die abonnieren sind ja 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 das ist normal das ist lächerlich deshalb habe ich heute in meinem linecraft let's play gesagt dann abonniert mich erst gar nicht weil ich mache das nur dann ich abonniere nur wenn mein content gefällt fertig ausmacht sonst nicht ja ja das ist das ist ja auch normal ja für viele anscheinend aber auch nicht ich habe keine spitzhocken mehr und am lustigsten finde ich ja er oder am nicht so lustigsten finde ich ja diese leute die halt auf deinen kanal kommt und kommentieren so in der sache so von wegen tolles video toller content ich spiele auch übrigens minecraft kannst ja auch mal oder ihr könnt ja auch mal bei mir vorbeischauen so mehr so jetzt habe ich mich total vertan moment moment ich meine gut dann macht dann schau mal vorbei schau mal an was der macht ist okay und wenn es mir gefällt dann ja cool super wenn nicht dann warum habe ich kein ach scheiße ist so jetzt habe ich passt seit was halt was hat ja passt das genau so ich gebe und dann gehen wir zurück also nicht wundern der ich habe ein ganz großes loch in den netter gemacht aber egal du hast ein loch in den netter gemacht ja ich habe einen beklüge kicker so dann mache ich mal weiter ja wenn ich jetzt nämlich schon im netterraum bin dann mache ich auch gleich den netter bisschen weiter ich muss unbedingt habe ich dann noch papier habe ich jetzt nicht mehr auf taschen wird dann in zehn minuten würde ich einmal sagen jetzt dafür heute lassen in zehn minuten circa könnte man so machen weil ich bin in zehn minuten nicht durch mit dem video passt das ja so eine stunde anbrechen jetzt oder 20 minuten oder sowas dass ich weiß nicht ich bin schon müde ja das geht mir langsam auch so das kann ich verstehen wir sind schon alte männer da ist auch schon alt da ich habe ja noch gar nicht die bratwürste verteilt du bist du jetzt mittlerweile schon 60 16 ja ich bin gerade erst zwölf ich bin gerade erst fünf leute er will mit mir schrägern das ist ja schön das ist ja schrägert mit dir ich mein kartografer mit schrägern der ist ganz der will mit mir papier train das nächste basalt am start ich habe einiges an basaltes abgesammelt leute ja wohl leute das so ist es von heute leute von heute und nicht von morgen und nicht von gestern und nicht von western von gestern ich finde irgendwie komisch dass wenn man den basalt legt ja das ist irgendwie dann verschieden ausschaut die steine das finde ich beim basalt nicht so gut wo ist denn der kartografierer jetzt wieder hin hallo kato wo bist du kato 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 der rosa rote panther die filme fand ich auch immer ganz geil kato 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 k alles schon einmal komplett durch jetzt normal ja passt es war vier kartografierer kann ich ein boost bain of antropods kaufen wie geht das sind aber ich gar keine oder die die mehrzahl ein ei ist auf bayerisch wie es auf bayerisch die mehrzahl von ohr also leute an meinem publikum ist der auf bayerisch wie man ein eis sagt mehr und wie die mehrzahl von ohr ist mehrere weiß ich weiß ich weiß wie süß keine ahnung weiß ich nicht ich hab auch ich hab auch ein 1 savannen kind bekommen hier ja das wird noch so schön zukünftig werden da ist wieder alles gewachsen leute wo ist denn der waffenschmied hin ich werde eine ganze erde mal hier reingeben ja da habe ich eh schon einiges weitergebracht seitdem ich ja genau in die kirche gehen das ist der andere dorfbewohner hin da gebe ich meine ganzen ohrle seine bruchste ich hatte hier doch eben einen ich glaube ich muss sie doch einsperren sonst gehen die mir auf den sack die ja ist dieser eine dorfbewohner hin verschwinden hier welche die können hier nicht raus die stehen hier alle nicht alle alter die wollen mich ärgern die laufen hier alle durcheinander general nicht ja ich werde die ganze steine hier reingeben die stürmer 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 das ist ja ja eine ich rätsel noch immer was heißt mehrere eier keine ahnung das ist unglaublich ja ich kann schon wieder abeenden leute so ich nehme eine achs und ein eine schaufel noch eine schaufel ich kaufe gerade steinschaufel wie heißt eigentlich auf sächsisch ein ei also auch die teigern das ist so bescheuert leute das gefällt macht das gefällt mir ganz gut so was erntest du denn da immer ab kartoffeln ach so ja das tue ich ja auch gleich wieder an dann bleiben wir einige über wahnsinn alter ich bin hier so was von chaotisch weißt du das ist der das ist der tisch der dich ko haut der chaotisch chaotisch genau so wie da wieder wieder radierer den einen da den fisch fisch sag ich was recht der majestätisch meinst du genau ja also es gibt ja auch den den hippo tisch ne der das ist der tisch an dem den theoretisch habe ich gemeint das ist ja theoretisch das ist teo das re der das hat diesen tisch aber dann gibt es ja auch noch dann gibt es ja auch noch den hypothetisch das ist der tisch an dem die hippos also die nil pferde ente trinken es ist eigentlich kann ich hier auch anbauen aber schönes wetter machen geht das eigentlich das geht ja gar nicht das geht gar nicht höhnchen ich habe eine ganze kartoffel hier ein hündchen da einer stinkende soll ich erst mal in nieder gehen müde wie ich bin ich habe so viele kartoffeln leute kannst du gerne machen die frage ist nur ein netter wie wird das ist ja ich könnte auch in die höhlen gehen das ist es genauso gut also irgendwas von dem muss ich jetzt tun oder ins bett muss man eisen holen ich habe aber keine gold klamotte also müsste ich mir mal erst mal eine machen wenn ich in den nieder gehen sollte warum du peter ich will nicht erschossen werden nein schon wie horst die man wird einfach leider gottes so viel beschissen im leben in mycroft beschossen da drin jetzt ja ich brauche hier wieder kohle drin also ich werde einmal kurz in den nieder gehen und ich brauche erst mal was goldenes so haben leider nirgendwo was goldenes gefunden auf meinen reisen also insofern ja liebe leute das war es aber mit dieser ich schätze mal für mich war es das mit dieser aufnahme sitzung jetzt auch ja ich würde ich ja mal sagen ich werde mal noch kohle wird dann überhaupt in die kohle dahin jetzt da wird noch eines der kohle auf die hand geben fertig passt habe noch zweieinhalb stecks fast dann gehe ich in mein hüttchen rein hank machst du dann weiter oder oder ist alleine nicht so und du bleibst auch noch oder wie naja ich würde jetzt nicht mehr so lange bleiben weil ich muss man muss aufstehen ja so kurz noch acht okay ja dann 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 passt das auch dann machen wir jetzt feierabend liebe leute dann tut es mir leid dass es kein abenteuer jetzt erst mal mehr gibt aber aber das war heute auch wirklich lang genug es war eine eher ruhige und beschauliche sitzung mit vielen abstürzen ich habe acht oder neun ich habe acht aufgehört zu ziehen ich schäme mich dafür nicht weil es war nicht meine schuld also ich habe mein bestes getan um diesen server zum laufen zu kriegen er hat halt nicht seine er hat halt nicht seine pflicht getan und bis zum nächsten mal werde ich ganz einfach auch mal gucken ob ich das noch irgendwie optimieren kann oder so was weiß ich ja so arbeit geleistet super arbeit geleistet aber allgemein super super ansonsten gucke ich mal ansonsten gucke ich mal aus wo die besten und günstigsten minecraft server zu mieten sind und dann können wir das ja mal überlegen dass wir uns da vielleicht was anbieten ja ja na gut dann liebe leute auch an mein publikum an dem publikum von chaos und am publikum vom hong dankeschön es war meine ehre für euch der besoffene horst gewesen zu sein aha wiederhunk immer so schön verabschiedet ich verabschiede mich auf meine art macht das gut leider alles gute bis zum nächsten mal bis zur nächsten aufnahmesitzung irgendwann einmal im november wenn sie passieren weiß ich jetzt nicht wir haben ja jetzt ein paar stunden und die müssen abgearbeitet werden ich wurde auch schon gefragt ob ich vielleicht längere folgen machen will aber das lohnt einfach nicht weil die verarbeitung dauert genauso lange also ja es wird zwar schneller dann abgearbeitet das material aber es ist ineffizient sagen wir es mal so ja und rufen wir uns zusammen wegen ja das machen wir also da sobald sobald ich auf dem wochenende zurück bin können wir darüber nachdenken dann werde ich das kurz mal testen wie das ganze läuft und was es da neues gibt und dann sage ich dir wann termin ist ja und ich spiele schon mal an ein bisschen alleine ja das ist normal nur so ja versuch es und schau dir auch ein paar von den videos an die ich so gemacht habe da kannst du nicht mehr aus lernen werden wir deine ersten videos anschauen ja das wäre mit sicherheit zu empfehlen es ist wirklich ein spiel wo man sehr viel hirnschmalz aufwenden muss kollege das ich hüpfe auf dem bett und jetzt gleich ins richtige welt machen wir alle und das wetter wird schlecht das wetter wird ja so liebe leute wer schläft nicht ich bin schon im bett ah ja jeder wurde weder wurde auf klar geändert okay alles so liebe leute dankeschön fürs zuschauen an alle keos 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 alphons honk und ja dankeschön freude auch leute bei mir eine freude perfekt ciao